Ja, ich habe da vor ein paar Stunden ein Video hochgeladen, wo ich ein Modpack vorgestellt habe. Ja, in Wahrheit ist das Modpack von TheSpace Marine News. Also er hat es gemacht und hat 50 Stunden dafür, glaube ich, gebraucht. Ich weiß nicht mehr so genau. Und ja, ich habe behauptet in dem Video, dass ich das gemacht habe. Darum ist das Video hier entstanden und ich wollte mich entschuldigen bei diesem Video. Er hat gesagt, ich soll das Video hochladen und mich in diesem Video entschuldigen, dass ich die Mods gesagt habe, dass es alles meine sind, die ich selbst gemacht habe. Aber er wäre damit einverstanden, wenn ich ihn gefragt hätte und wenn er ja gesagt hätte, hätte ich, musste ich dann seinen Namen unten runterschreiben, weil ich ihn aber nicht gemacht habe. Und ja, darum wollte ich mich bei ihm jetzt entschuldigen. Und was ich noch sagen wollte, ich hoffe, meine Abonnenten bleiben immer noch und sind mir nicht wegen diesem Vorfall böse. Und also ja, ich wollte mich halt in diesem Video an ihm entschuldigen, weil ich die Mods von ihm alle geklaut habe. Also, sorry nochmal, bis dann. Bis dann.